Wer kann ich beim besten Willen nicht abnehmen? Die Zeiten sind schlecht. Und, noch ein Kaffee? Sehr gern. Ich wechsle vielleicht die Branche. Aha, und was stellst du dir da so vor? Restaurant zum goldenen Kug. Der Name ist vorzüglich. Da kriegt man doch gleich Durst. Welche Angestellten gehören zum Kauf dazu? Wir sind das. Ich will einen Finger auf dem Finger suchen. Du bist nicht der erste. Das ist mein Gartenstil. Du willst kämpfen? Aber ich bin größer. So, was? Warmer work, Kalle. Der Laden läuft nicht so richtig. Was das Essen betrifft, ist viel Luft nach oben. Was ist denn so am Gesang? Gut, also ich brauch 20 Sushi-Platten. Mein Kalle braucht dringend Papiere. Legal oder illegal. Mein Neuf ist ein Genie. Liegt wohl in der Familie. Wieso wollten Sie nach Finnland? Der corporat ist sie drauf, Ich will meine Güte und meine Güte. Ich will meine Güte und meine Güte.